Musik Koppermann Garten und Landschaftsbau ist vielen bekannt. Wer uns noch nicht kennt, bekommt hier einen Einblick in unser Unternehmen. Wir, Kim und Sören Koppermann, sind seit 2015 Ansprechpartner für Ihre Fragen rund um den Garten. Neben unserem Arrangement für unsere Kunden sind uns auch unsere Mitarbeiter besonders wichtig. An einem guten Betriebsklima liegt uns viel sowie daran, eine gute Ausbildung zu leisten. Musik Alles aus einer Hand, von Beratung bis Winterdienst. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, durch fachliches Wissen und handwerkliches Geschick die Gartenträume unserer Kunden zu verwirklichen. Nicht mehr und nicht weniger. Musik Sie brauchen jemanden, der Ihnen den Hof macht. Wir beraten Sie gerne zu Ihren Ideen und Vorstellungen für Ihre Garten-Neu- und Umgestaltung. Wenn Ihnen die Bäume, Hecken und Sträucher doch einmal über den Kopf gewachsen sind, haben wir die Baumpfleger mit Erfahrung, Fachwissen und Kompetenz, um auch aus Ihrem Garten ein Wort zum Wohlfühlen zu machen. Musik Wir haben Ihr Interesse geweckt? Dann melden Sie sich bei uns. Gerne beraten wir Sie vor Ort. Auch der Garten braucht einen Fachmann, damit Sie lange Freude an ihm haben. Sie widmen sich Ihrem Leben, wir widmen uns Ihrem Garten. Nach unserem Motto, pflege Deine Seele, den Garten pflegen wir. Musik Musik Evento Max Untertitelung des ZDF, 2020